Liebe Schwestern und Brüder, es ist irgendwie wie mit dem Fußball. Nach der Predigt ist immer auch vor der Predigt. Diesmal ging es mir so, dass ich kaum hatte ich meine Sonntagspredigt zu Ende gebracht, mir ein ganz neuer, anderer Gedanke zu diesem Evangelium und vor allen Dingen zu einem seiner wichtigsten Verse durch den Kopf schoss. Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dieser Satz ist voller Bedeutungen. Eine, die ist bei mir sehr persönlich eingefärbt. Ich dachte mir, am Scheitern, am Verletzten, am Sündigen und Kranken, da lernst du am deutlichsten, was Liebe eigentlich ist. Und das mag jetzt so eine spontane Assoziation sein, aber sie hat mich tief berührt. Mir ging auf einmal auf, es gibt bestimmte Menschen, die mir durch das ganze Leben begegnet sind. Menschen mit einer bestimmten Krankheit, mit einer psychischen Krankheit. Man nennt sie heute Borderline. Menschen sind das, die zwischen Distanz und Nähe nie die richtige Mitte treffen. Sie können von solchen Menschen überschüttet werden mit Liebe und wissen gar nicht wohin mit sich selbst. Und im nächsten Moment tun sie so, als wären sie ein Fremder. Solche Menschen neigen dazu, sich selbst zu verletzen. Sie tun das eigentlich nicht, um sich zu quälen, sondern um sich zu spüren. Um irgendwie zu merken, dass sie jemand sind. Einen Widerstand zu spüren. Zu merken, dass sie von etwas wirklich berührt werden können, das unter die Haut geht. Diese Menschen sind überraschend und spontan. Und ich war und bin ihnen nicht immer gewachsen. Aber eines ist mir klar geworden. Diese wohltemperierte Art zu lieben, die wir gewöhnlich pflegen, das ist nicht die eigentliche Liebe. Dieses höflich und vorsichtig auf Distanz bleiben und alles in geregelten Bahnen verlaufen lassen. Das ist alles nur Vorspiel. Letztlich muss man es so tun wie die Frau im Evangelium. Sich verschwenden, sich hingeben, das Verwegene tun, aus sich heraus treten. Diese Menschen tun es, weil sie es irgendwie nicht anders können. Und doch kann man von ihnen lernen, dass Liebe unter die Haut gehen muss. Die echte, die volle, die leidenschaftliche Liebe. Dass sie mich wirklich bis ins Mark, ins Innerste treffen muss, wenn es denn Liebe ist. Liebe gibt es nicht ohne Verletzungen. Das ist das Zweite, was ich von ihnen meine, lernen zu können. Denn nur so begegnen wir uns. Nur so lernen wir uns kennen. Nur so kommen wir uns wirklich nahe. Und das Dritte, Liebe muss man über weite Strecken aushalten. Man muss Geduld haben, den langen Atem. Die Liebe wird am deutlichsten im Scheitern, im Verletzten und im Kranken erkannt. Das mag erschrecken. Aber es ist auch großartig, weil wir auf einen Gott setzen dürfen, der gerade in diesem Zerbrechlichen zugegen ist. Denn das äußerste Zeichen seiner Liebe ist das Kreuz. Amen. Die Liebe ist das Kreuz. Amen.